Musik 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 Damdamdam Ja so meine Freunde Bekommt zu einem weiteren Letztest Ähm Das Spiel Hör auf den Namen Silent Hill Room 304 304 4 LP das jetzt mal Hm Hm Sorry Die LP wir machen Letzte zu Und Ja wir gucken zu Oh Die Wurz Also es fängt schon mal Schauder Wir an das ist ein Ja Wiederhaus zum Flash Game Äh Gott ist es groß gemacht Also jetzt mal hier so ein Waldrum Wir laufen einfach mal weiter Oh Gott rechts links Und Ohr Und Ich hab den Ton sehr laut fällt mir Ich hab den Ton sehr laut fällt mir Nebenbei so auf Ähm bisschen leiser Ja das reicht Ähm Also hier können wir nie rein Bleibt ja bloß noch rechts Uh Ha ha Erinnert mich an June the Grudge Ähm Oh Gott Es wird immer düsterer Oh mein Gott Oh Oh Ah Oh Da ist da irgendwas Wir haben Schlüssel gefunden Aber wir können uns das Spiel Oh Himmel Herrgott Also das... Oh Gott. Dieses Spiel hat es echt in sich. Mein Name ist Adrian. Adrian Woodfield. Okay. Okay. Okay, was soll man fragen? I'm afraid I can help you. No, don't just leave me here. You've got to help me, please. Ich kann ein bisschen spüren und gucken. Ciao, sorry. Äh, who are you? Also jetzt drehen wir uns mal durch. Ja, wie auch immer, what the fuck? Ähm, das verläuft eigentlich einigermaßen gut. Oh, tell me about yourself. I'm afraid I can help you. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Also... Äh... Oh mein Gott. Also bitte erhofft euch nicht so viel von mir. Wenn das LP, äh, LP, ich immer mit meinem LP, ähm, das Letztest kurz ist. Weil ich... Wie gesagt, das ist bloß ein Letztest. Ähm, ich tue das Spiel im Prinzip eigentlich wirklich bloß testen. Ich spiele das Spiel, äh, nicht durch. Also... Ich werde jetzt vielleicht hier gleich Schluss machen. Keine Ahnung. Ähm, weil ich will das, wie gesagt, jetzt bloß mal für euch testen, dass ihr einen Einblick kommt. Ihr sollt's ja selber spielen. Das ist ja eigentlich die Message, die ich damit rüberbringen will. Spielt selber, testet's irgendwann selber, wenn's er gefangen hat. Oh Gott, ich muss niesen. Nee, doch nie. Geht ja. Tell me about your... Ähm... Wenn ihr Englischkenntnisse, naja... Sind so lala, also... I'm afraid I... Wir reden jetzt einfach mal ein bisschen mit diesem Typ. Wir nehmen gerade 4 Minuten und 35 Sekunden sind wir jetzt. Und sagen, wir hören mal bei 5 Minuten auf. Ja, tut mir leid. Ja, warum machst du mal so kurz die Videos? Ich kann über 15 Minuten aufnehmen. Ich weiß, wie gesagt, mein nächstes Netzwerk zu Happy Wheels. Da will ich länger aufnehmen. In meiner letzter Zeit habe ich nämlich ein großes Problem. Mit meiner WLAN-Router und da ist mein Upload-Speed gering. Sonst hatte ich gestern, äh, Video von 7 Minuten 33, sah ich 15 Sekunden dran. Da war mehr als eine Bit pro Sekunde, war das, äh, vom Tisch, aber... Mein Upload-Speed ist vielleicht 3, gerade mal bei 30, ähm, 200 Euro was. Also... Ah, ja, ja, Song-Dollar von Heddy, ja, was geil. Okay, ähm, würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und... Der Lauer der 10 Euro irgendwas und... Ich hoffe, das letzte Test hat mir gefallen. Abo war natürlich, wie gesagt, Netz kommt zu meinen... 100 Prozent, 30 Abos und... Und dann sind wir nächstes Mal bis dahin, ne? Vielen Dank.